Gotti Gott, wir fahren wieder. Wir fahren wieder. Ja. Ja. Fakt her. Kannst du auch rüber, wenn du dich anlehnen willst. Ich weiß auch nicht, was los ist. Das ist dasselbe wie ich gestern. Ein Leistungsloch. So wie der Killerfilter Sprinter. Wir haben es angefasst. Denne, wo geht's heute hin? Wir fahren nach Oldenburg zum Wohnzimmerkonzert. Wer hat das gewonnen? Der Leo. Mit dem er ein Album vorgestellt hat von uns. Und haben sie Bock? Sehr sogar. Echt geil. Mega geil. Wohnzimmerkonzert. Wir haben die breiteste Straße in ganz Oldenburg rausgesucht. Einbahnstraße. Perfekt. Wir sind jetzt hier gerade in Oldenburg angekommen. Beim lieben Leo. Bestes Wetter. Wir dachten eigentlich, wir spielen drinnen. Aber ich glaube, wir wechseln jetzt doch spontan zu draußen. Es ist so schön hier. Es ist spannend heute. Und sowas auch noch nie gemacht. Es ist immer spannend, wenn man wildfremde Leute... Also wir haben eigentlich vorher nur ein bisschen telefoniert. Und dann kommen wir in den Garten. Dann spielen wir nach so einem Konzert. Es wird gut. Es wird sehr gut. Es wird sehr gut. Schöne Wohnzimmerkonzert. Bestärker hingestellt. Pass rein gesteckt. Fertig. Kann losgehen. Ja, ich hätte gesagt zu 14 Minuten oder so. Vielleicht das Pangaea-Set. Ja, dann lass irgendwas streichen und rette mich. Finde ich ganz gut, glaube ich. Also ich glaube, das Ding ist ja eh ein bisschen entspannter. Wenn du mit dem Cajon mitklopfst. Ne, mit dem Drums mitklopfst. Ha 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 ha. Mit Schuld an alle Kiff geben. Das haben wir alles so viel leichter, als es heute ist. Von dem Drums. Du bist schuld. Du bist schuld. Du bist schuld an alle Tee. Und dann wie es mir geht, dass ich die Erde weitersehe. Du stehst auch und bringst mir zu. Du gehst ab und mein Gesicht. Du bist um und klu. Du bist nicht wieder, wenn ich wieder kommen Will ich wieder, wieder eins, zwei, zwei, drei! Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Und ich sag 5, 6, 7, 8, bin nie alleine in der Nacht. Und ich sag 1, 2, 3, 4, ich bin gar nicht verziert. Und ich sag 5, 7, 8, bin nie alleine in der Nacht. Und ich sag 1, 2, 3, 4, ich bin gar nicht verziert. Ich sag 5, 6, 7, 8, bin nie alleine in der Nacht. Also, Leo hat uns nicht nur seinen Garten geliehen für heute. Der Leo hat sich auch schon ein Album bestellt. Und was hast du noch bestellt? Was hast du noch? Ein Wohnzimmerkonzert. Ein Wohnzimmerkonzert. Was hast du noch? Denk mal an Oktober, November. Tickets für eine Tour. Ah, der Leo hat Konzerttickets. Bester Mann in Leos Garten, natürlich. Das ist dein Applaus, würde ich sagen. Möchtest du noch irgendwelche letzten Worte an Leos Garten rüchten, bevor wir ihn abbringen? Brennt den Garten ab. Okay, gut. Danke. Warte. Sorry an meine Vermieter. Wow. F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Das ist dein night. Ich bin kein Wettbeirr oder Pfeil. Aber ist das eigentlich kein Wetter, das ist das kleine Maiden, Vielen, vielen Dank. Es war wunderbar ein bisschen mit euch. Auf sechs, sieben Türchen. Jetzt gleich. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.